Wir haben gehört, wir brauchen mehr Vocals, die bekommt ihr gleich. Wir begrüßen Sub-Earth, hoffentlich richtig ausgesprochen, aus Herborn. In frisch neuer Besetzung, zum ersten Mal live, so auf der Bühne. Fünf junge Musikerinnen und Musiker, die uns Alternative-Rock präsentieren. Ich habe im Internet gelesen, uns erwarten eingängige Melodien und ein experimenteller Mix. Und, um das Ganze auch zu Hause zu hören, das frische Album ist gerade raus, auch zu hören unter anderem bei Spotify. Sub-Earth, ihr habt die Bühne, viel Spaß, los geht's! Ja, ihr habt die Bühne! Ja, ihr habt die Bühne! Bühne! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020